Jo, hier ist es, was geht ab? Mal wieder am Start und schon kurz zu einem neuen Craft-Me-Video, meine Freunde. Wir sind wieder beim Lucky Block Race. Und zwar, ich habe eine Herausforderung von jemandem bekommen, den wir zerstört haben. Aber ihr kennt mich, ich laufe von keiner Herausforderung davon. Und deswegen, meine Freunde, habe ich sie angenommen. Und mein Gegner ist kein anderer als der gute, kleine Doob Ich will nicht so fällig waren, Leute. Aber wir sagen ihm jetzt mal Hallo, Leute. Deswegen lasst ein Like und ein Abo da. Und ich sage, wir gehen mal rein. So, mein Kleiner. Bist du ready zu verlieren? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich angemacht habe, dass du unsere Items behalten oder ob wir jetzt jetzt mal, wenn wir sterben, alle unsere Items wechseln. Oh oh. Aber macht keinen Kopf. Natürlich. An der Stelle, ich falle runter, Bruder. Ich habe so getestet. Ich bin extra runtergesprungen. Guck mal, er kriegt Diamanten, ich falle runter. Was kriege ich als nächstes? Wieder ein Trap. Guck mal, das meine ich, Leute. Bei mir heißt es nur Traps. Oh, ich habe eine Axt. Komm, was bringt mir so eine Scheiß-Axt. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Oh, Diamant-Schwert, verzauberter Apfel, das ist schon sehr gut. Ja, guck mal, der weiß immer rum. Ja, komm, hier bei. Ey, du weißt gerade gar nicht, wer du bist, glaube ich. Alter. Warte, die waren doch irgendwo noch Thron, sind die jetzt automatisch? Die spawned? Ja, die sind die spawned, glaube ich. Egal. Nein, nein, nein. Kian, das Ding ist einfach... Guck mal, ich habe eine Kartoffel bekommen, wie du. Ey, 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 das ist meine Lane! Aha. Ah. Selber schuld, wenn du auf meine Lane gehst. Danke für die Niete. Oh. Ich sage dir ganz ehrlich, die Zeit... So, weg mit dir. Hast du mich gekillt? Ja, klar, du bist auf meiner Lane gewesen. Hast du dann mehr Schaden, oder was? Nö, aber du hast schon vorher Schaden bekommen und ich habe dich auseinandergenommen, mein Kleiner. Wie hast du mich bitte... Ah, du bist auch gestorben. Wie hast du mich bitte so schnell gekillt? Du hast schon ein Leben weg, ich habe dich dreimal gekillt oder viermal. Leute, das geht doch nicht. Du hast keine Rüstung an. Ah. Oh mein Gott, ich habe was ganz, ganz, ganz Gutes bekommen. Ich habe was ganz, ganz Gutes bekommen, Leute. Das brauchst du ja auch. Das ist ja das Ding, du brauchst es, ja. Ich schwöre, du wirst es sehen, Junge. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Junge. Hier sind zwei, drei Kühe, Junge, die Kühe. Was soll ich mit dem Kühn? Verzauert der Goldapfel auch. Oh, Maschallah, ich mach nochmal. Oh, oh, komm, komm, das musst du sagen, es tut gut aus. Haltbarkeit brauche ich jetzt nicht, Schutz, zwei Haltbarkeit. Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Leute, das ist schon für den Anfang, okay, damit kann man was machen. Ich bin euch ganz ehrlich. Oh, die ganze Kianis, ne? Oh, Digger. Ich kriege die ganze Zeit meine Arme, das ist auch wenn ich sehr glücklich drüber. Wie? Du bist glücklich darüber, keine guten Sachen zu kriegen. Guck mal, Armin, wir machen jetzt den Reihen, hör zu. Armin wird heute verlieren und er wird danach wieder kapitulieren, denn er hat keine Chance gegen Kianis, den Gott. Also ich will ja nichts sagen, aber deine Reime haben so viel Substanzlosigkeit wie die meisten im Deutschrap, ne? Also Armin verlieren. Wer hat denn hier, wer ist denn gerade 2-0 am Führen mit den Maps, hä? Hör mal zu, mein Junge, du hast... Hey, sag mal, sag mal ganz kurz, erfund, ich verstehe dich nicht so gut von da hinten. Weißt du, was das Problem ist, Armin, was du immer wieder vergisst? Ja. Ich bin eigentlich ein Rapper. Ey, Digger, ich hab keinen Bock auf diese Insekten oder was auch immer das ist, Alter. Gott, schon der zweite Lucky Block Baum. Oh mein Gott, wie Glück. Oh, oh. Boah. Digger, du hast da... Das war einfach ein Geist, Leute. Das war einfach ein Geist. Er soll jetzt noch weg. Oh, oh. Ja, hoffe ich will. Ey, warum, Berg? Ey, du bist so eklig, Mann. Du bist einfach so eklig. Der ist doch wieder da, Mann. Was ist so kackig, Liga? Und er kriegt auch einen Bogen. So, ich check mir, warum kriegst du einen Bogen? Und was will... Ey, nein, ne? Gar keinen Bock auf Gas gerade. Ist doch alles... Warum bin ich auf... Was ist denn der Gas? Warum bin ich eigentlich überhaupt hier gerade? Ich schwöre, Leute, das kann nicht sein. Also, ihrs mal retockst, ich hatte noch nie so pechtiger. Warum? Warum? Die Sachen nicht willkommen auf das... Wo ist überhaupt meine Lane? Ah, auf der anderen Seite. Ich hab noch nie so viel Pech gehabt, ehrlich jetzt. Oh, no, no, scheiße. Tut mir leid, ein bisschen. Du musst dir auch ein bisschen. Ein bisschen, tust du mir leid, bin ich ehrlich. Ein bisschen, ein gar nicht... Oh, schutz 2 Post Platte, nice. Ey, bro, ich komm da nicht mal rüber, hab ich das Gefühl. Ich bleib einfach bei der... Kann ich auf der blauen Lane bleiben, geht das? Ja, komm, ich bin ja mal nicht so... Geben wir dir mal ein bisschen Noob-Schutz, heißt das? Bro, du weißt nicht, ich komm da einfach nicht rüber. Ich weiß, deswegen sag ich nochmal, gelb oder rot sehen. Ey, Freunde, ich schwöre, es tut mir leid, aber ihr versteht, ich konnte gerade nicht sprinten wegen dem Debuff. Das ging nicht. Ohne euch jetzt irgendwie traurig, sauer oder etc. zu machen. Tut mir echt leid, dass er sich nicht viel Mühe gibt bei euch. Boah, Diga. Also ich habe mir immer Mühe. Ich sag dir, Retalk, ich habe wirklich... Du bist doch gerade gestorben, du Vogel. Ja. Ich habe gerade wirklich ein gutes Schwert bekommen, ehrlich jetzt. Also Retalk, echt ein gutes Schwert. Boah, Leute, das war sehr gut. Das war wirklich wundervoll. Muchas gracias. Avisios. Ey! Ich kriege, guck mal, ich kann diese Dings noch nicht so gut. Die, ähm, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz, ganz entspannt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr wichtig, dass die Chess noch mal gefunden habe. Noch mal Goldäppel, ein Schwert noch mal. Oh mein Gott. Okay, ist nicht schlimm. Ah, ruhig einmal kurz. Boah, okay. So müssen die Lucky Böcke hier auch noch kurz aufmachen. Okay, okay, das bieten jetzt leider nichts. Ja, geil, weil alle runter, so krass. Was haben wir denn, wenn wir was Gutes? Oh nein. Das Schwert kann man da rein. Leute, ich glaube, ich hätte, so wie es ist, wir haben echt wirklich nichts Gutes bekommen. Boah, Sturz Drei Hose, letztes Gru. Wie lange haben wir noch Zeit, bro? Siehst du recht, siehst du recht. Ja, geil, dann kann ich ja noch weiterfahren, oder? Ja, ja, ich habe auch jetzt noch, mach die Länge noch fertig und dann fange ich an zu verzaubern, zu kombinieren. Boah, wichtig, wichtig. Was Gutes? Eine Explosion sucht, nee, das Blut, oder? Ja, gut, ich weiß nicht, Leute, ob mir das jetzt was bringen könnte. Theoretisch eigentlich, aber auch nicht. Wir gehen mal wieder zurück. So, wir werden auf jeden Fall hier ein paar Sachen wegschmeißen, die wir nicht benötigen. Äh, ey, ich. Oh, es macht zu Spaß, Leute. Ich lasse dich. Es macht zu Spaß. Warte. Ja, blub, 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 blub. Wer bitte? Ey, Junge, das kann... Ey, Leute, das kann einfach nicht sein. Das kann echt nicht sein. Wurzeln, das mein Bester? Ja, nix. Ist denn irgendwas... Ist denn irgendwas passiert? Junge, stirb einfach. Hallo, ich bin's auf meiner Lane. Was? Geh weg. Geh weg. Oh. Hey, Leute, ist schön. Hey, ist Rasterausgleich. Ich will kurz auf die Leute, mein Blut, mein Blut, mein Blut geht. Was macht der auf meiner Lane? Weiß er nicht, dass man den King lieber in Ruhe lassen sollte? Oh, mein Gott. Hat dir das keiner beigebracht? Den King sollte man in Ruhe lassen, mein Kleiner. Ey, ist gar nicht weit. Ich bin noch nie mein Lipsauf runtergefallen. Wir sind jetzt im Ziel angekommen. Und jetzt, Leute, werden wir dem hier mal kurz zeigen, warum ich besser bin. Das sollte ja auch klar sein. Ja, gucken wir mal. Sorry. Alles cool. Bro, ich mach mir das jetzt einfacher. Mir reicht's. Ich schlurr, mir reicht's. Ei, ei, ei. Ja, komm. Schärfe 3 sollte das Schwert erstmal ausreichen. Was ist, wenn ich das jetzt in der Zeit nicht packe? Was passiert dann? Werde ich automatisch eingebottet? Ja. Okay. Da führt leider kein Weg dran vorbei, mein Bester. Waren wir so, Leute, das Schatz 3 Buch. Sehr gut. Was soll ich mit den ganzen Tiers jetzt? Da haben wir die Schuhe draußen, meine Freunde. Obwohl, ja, nee, Helm, ne? 1, 2, 3, 4. Haben wir das ganz easy, Freunde, hier. Schatz 1 drauf, da. Schatz 1 drauf, da. Da kann man nichts drauf machen, dann machen wir das schlau. Okay, wir gehen mal schnell rüber, Leute, wir haben nicht nur so viel Zeit. 2, 1, Schatz 1. Okay. Ich hab halt leider gar nichts. Das ist jetzt leider einmal. Wie Rückschluss 2, Schatz 2. 1, Schatz 2. Nice, nice, nice. Okay, wo bist du? Schatz 2. Bam. Sehr gut, Rückschluss. Haben wir? So, wir haben Schatz 2 drauf, alles. stärke war noch so ganz kurz in die kombination daraus was es ist bald vorbei für dich mein freund diesmal nicht mann du hast leider gar keine chance diesmal nicht mein bro diesmal wirklich nicht diesmal hole ich das heraus die arena kennt man leute so dies diesmal nicht da mir diesmal wirklich nicht diesmal nicht man kann man nix bauen ja das ist scheiße tja denkste komm komm her junge stirbt er stirbt ich hole ihn leute erst so ruhig so erst mal ganz kurz hier leute alter was so so was geht gibt ihr gute kombos niemals oder die rüstung ist kaputt welche denn kein problem das ist noch eine extra aber ich weiß ob du schutz drauf hast du wie ich richtig hä hä hallo HA wir müssen aufpassen dass das ist ein kampf leute gute kombos freunde es er ist eine ecke er ist eine ecke er haut ab er haut ab kommt was denn jetzt er ist eine ecke du hast einfach glück dass kein max aus schwert bekommen du schmeißt ein leider muss ein rückstoß dran ich nicht bomb bomb los er hat keine äpfel mehr band 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 leute das ist ein kampf mann das ist ein kampf los bleib im feuer aber du hast du hast lavaschutz du penner wegen verzauerten goldabflasche automatisch das war jetzt nicht was das nachgemacht hast du in stärke trank hast du dir zugeschmissen ja sein helm ist kaputt deine auch okay ich hab noch totem gehabt leute er hat seine revanche bekommen aber kein problem demnächst mal wenn wir ihm zeigen wie das richtig geht leute ich habe kein gutes schwert aber und feile habe ich leider zu viel verschwendet ein paar mehr von anfang behalten sollen leute wenn es gefallen hat lasst ein like und abo dann bis zum nächsten mal abiert ciao